Hey, überall sind die Tore offen, mach die doch mal zu. Hier liegen auch noch Baumstämme vorm Lager rum, gell? Echt? Ja. Ah, egal. Ja, hier liegt einer. Ja, ich muss gerade erstmal wegbringen. Ne, ich sag dir noch Bescheid. Äh, ja, Tore zu, damit wir keine Skorpione-Gleich dran haben im Lager, die ich mittlerweile auch sehe. Ah, warte mal, ich mach das jetzt anders. Ich geh jetzt, äh, Richtung Stonehenge hinter. Ach, es wird dunkel. Das ist ja doof. Na gut, wir gehen jetzt die, äh, Materialien besorgen. Trotzdem, auch wenn's dunkel wird. Ich hab ja ne Fackel. Wir laufen Richtung Stonehenge, weil meiner Meinung nach waren da Bäume, die, äh, rein nur Lianen spenden. Ja, da sind so, ja so, so richtig Bäume sind's ja nicht. Einfach so Baumstamm mit so ein paar Lianen runterhängen. Baumstämpfe vor allem. So, wir nehmen natürlich trotzdem noch Pilzen mit, wenn wir welche finden. Was, not enough space? Warum das? Ach, ich hab so viel Lianen einstecken. Noch, ich sitio, ich nehm die gerade mit. Ne, die bringen wir vorher ins Lager. Unser Dorf sieht man ja mittlerweile ganz gut. Weiß gar nicht warum. So, kleine Abkürzung nehmen. Hey Wilson. Ähm, jo, lege ich die mal wieder hier rein. Flupp. Die Schnüre lege ich auch wieder rein. Ich lege auch die Tierhäute wieder rein. Ich lege hier mal mein Zelt ab. Oh ne, ich muss auch gleich erstmal pennen gehen, seh ich. Das mach ich jetzt zuerst. Aber ich kann noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ich krieg heute vom ersten Mal von Fraps meine FPS-Zahl angezeigt. Und jetzt seh ich die Balken bei mir kaum noch. Was, das ist bei dir oben oder was? Ja, oben links. Ich hab das normalerweise nie an. So, gehen wir mal pennen. Vor allem mit der Fackel im Arm in die Hängematte geschmissen. Ja, Hängematte, wenn ich weiß, was die macht. Man kann sich quasi jederzeit schlafen legen. Und muss nicht immer warten, bis man müde ist. So, dann laufen wir mal los. In und her gelaufen, ey. Hinterrichtung Stonehenge. Wie gesagt, ich meine, ich hab da ein paar Lianen-Dinge gesehen. Ich muss zwischendurch mal die Fackel weglegen und ein paar Schnecken töten. Oh, oh. Da nehm ich aber Speere für. Was denn? Ah, du hast die mitgenommen. Na, dann bastel ich gleich welche. Aber was ist denn? Skorpion in der Falle. Oh. Yeah, ich hab meine Jagd-Skills verbessert. Ich hab jetzt Jagen 50. Hier ist Stonehenge. Ah, hier ist auch Baumwolle. Baumwolle brauchen wir auch. Aber Baumwolle ist auch in der Nähe von unserem Lager. Aber ich seh keine Lianen-Bäume hier. Aber hier hinten könnten wir noch gut was umroden, notfalls. Aber das dauert wahrscheinlich dann immer Wochen, bis wir das in unser Lager gebracht haben. So, ich darf nur Stonehenge jetzt nicht aus den Augen verlieren, sonst find ich wieder nicht zurück ins Lager. Hier sind keine Lianen-Bäume. Gibt's doch nicht. Ich hatte die ja vorhin gesehen. Da hinten ist einer. Was ist das? Giftpilz. Hä, ich hab die Ahnung, da ist einer. So Leute, ich muss jetzt mal dunkel machen. Wo ich jetzt Lianen fahren muss. Und wenn ich eine Fackel in der Hand habe, geht das zwar auch. Aber dann zünde ich auch gleichzeitig den Baum mit an. Ja, wie ihr seht, die sind sehr ergiebig. Mit Lianen. Ich hab jetzt schon 46 Stück rausgeholt. Ich werd mir jetzt nur ein paar holen, bis ich sie nicht mehr tragen kann. Das ist auch nicht mehr viel, das ist ungefähr jetzt. Und jetzt werden wir wieder zurückgehen. Wichtig ist eigentlich, wenn ihr so Bäume seht und wollt die abfarmen, dass ihr... Scheiße. Dass ihr... Moment, ich muss grad gucken, wo unsere Lage ist. Ah, da ist der Giftpilz. Hier hinten müsste es Downhand sein. Äh, dass ihr mit bloßen Händen draufhaut. Weil sonst, äh... fällt ihr die Bäume. Mit bloßen Händen tut ihr dies, äh, erstmal nicht. Und beziehungsweise, wenn ihr mit einer Axt reinhaut, tut ihr eigentlich nur, äh, äh, den Baum beschädigen. Beziehungsweise fällen und könnt ihn aber nicht abfarmen. Äxte sind eigentlich nur gut, wenn ihr Baumstämme braucht. Ansonsten immer mit bloßen Händen oder mit einem Hammer. Aber mit bloßen Händen geht's um einige, äh, schneller als mein Hammer. Und ich hab da noch ein paar Bären gefunden, die nehm ich noch mit. Da hinten ist unser Lager. Es wird wieder hell. Das ist schön. Ja, was ich eigentlich ganz gut finde, wir sind mittlerweile 30 Tage, also hier Spieltage natürlich, äh, hier auf der Insel. Oh ja, stimmt. Und, äh... Für einen Monat, so gesehen, haben wir uns hier ja schon ganz schön gemütlich gemacht. Und gut war's, äh, ins Lager gestopft. So, zu essen. Na gut, dafür sind wir auch wirklich gut am Brödeln, ne? Weil ich da mit den Dings, den, den, Skorpion plattgemacht hatte. Es sind übrigens zwei Bananenbäume in der Nähe. Du wirst sie bald besser sehen. Wenn der Rest an Bäumen nicht mehr steht. Boah. Äh, was wollte ich denn jetzt machen? Achso. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, Lianen brauch ich ja jetzt. Ich werde jetzt die Pilze essen, weil ich sehe gerade, äh, so leicht hinter meiner FPS-Zahl, dass ich ein bisschen Hunger habe. Und werde die Sperre weglegen. Werde dann den Hammer wählen und werde den Kiwi-Plattern. Und hier hinten ist. Batz! Und die Schnecke. Batz! So. Gut. Jetzt werde ich den Speer hier aus der Falle nehmen. Du könntest auch die eine Kiwi-Farm, die hier steht. Entweder mal abreißen oder fertig bauen. Was könnte ich machen? Farm, die da direkt neben der Falle steht. Das Baugerüst. Baugerüst. Ich habe hier nichts neben den Fallen stehen. Okay. Bei mir ist da noch voll das Gerüst. Stell mich mal rein. Hier. Da? Nö. Ah. Ja, haust platt einfach. Einfach mit der Axt draufhauen. Ich hatte da vorhin, wollte ich da eine Falle hinbauen, habe dann aber das, die Baustelle nicht mehr gesehen. Ah, okay. So. Ähm. Wir gehen jetzt mal runter Richtung Wasser und werden unser Segelboot langsam anfangen zu bauen. Und zwar setzen wir das so grob hier hin. Segelfloß. Das ist nicht schön. So. Verbauen wir jetzt erstmal schon mal die 50. Learen. Wie viele Baumschirme hast du schon zusammen? Oh, ich weiß es nicht. Viele sind es noch nicht. Ja, 20 brauchen wir. Weil ich ja zwischendrin dann noch Speere gemacht habe und den Skorpion platt gemacht habe. Ja. Ja, ich habe deine zwei Speere gerade aus der Falle geholt und habe die wieder ins Lager gelegt. Ah, du konntest die anwählen? Ja. Sehr gut, weil ich kam da nicht dran. Ich habe dann immer nur die ganze Zeit die Falle auf und zu gemacht. Ja, ich bin von der Seite dran gegangen, das ging. So, die Learen legen wir weg. Also, Learen haben wir definitiv genug. Ich brauche jetzt... Und ich rot jetzt einfach mal und schmeiße das ganze Holz gerade erstmal einfach vor das Tor. Ich brauche jetzt nochmal auf Baumwolle suche. Ah, vorher klatsche ich noch die Spinne hier um. Ne, ich treffe sie nicht. Baumwolle hatte ich glaube ich mal hier hinten irgendwo gefunden. Das war eigentlich gar nicht so weit weg vom Lager. Ich weiß immer nicht mehr wo. Obwohl das doch überall war. Ja, ich habe es nicht... Ah doch, ich hatte das abgerodet. Komplett. Scheiße. Ich glaube, da muss ich wieder hinter Richtung Stonehenge. Oder so an der Küste entlang. Da findest du eigentlich auch ganz viel. Immer mal zwischendurch. Ich sammle gerade noch einen Arsch voll Pilze auf. Hier ist noch ein Feuerstein. Aber wir haben ja... Oh ja, wir haben ja... Ich finde schon wieder keine Baumwolle. Aber Pilze finde ich. Wie Sonntagmeer. Wir können uns allerdings keine Tiere ercheaten, die wir jagen können. Leider. Also jetzt Löwen, Affen oder sowas. Das geht leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Wir haben es probiert. Ich habe sogar... Ja... Superschafe gebaut. Die Raketenwerfer droppen, wenn man sie killt. Ja, die Insel ist riesig. Aber Baumwolle ist hier mal gerade fast nichts. Ich weiß, wo du suchst. Ich bin jetzt einmal über die komplette Insel gelaufen. Oh, ich muss gleich pennen. Ich auch. Und ich habe mein Zelt nicht dabei. Deswegen werde ich jetzt da hinten noch die zwei Pilze schnappen. Werd wieder zurücklaufen. Und noch eine Schnecke umgeheizt. Und starkes Heilkraut. Sehr schön. Können wir wieder Heiltränke brauen. Ich habe keine Baumwolle gefunden. Noch ein bisschen was futtern. Ich muss gerade mal auf der Karte gucken, wo ich bin. Ich laufe nämlich falsch. Ich muss nämlich... Und schlafen. Nach Westen. Ich muss hier hinterher. Ich wäre schon wieder komplett falsch gelaufen. Allerdings sind wir noch keine Baumwolle gefunden. Und dunkel wird es auch schon wieder. Lauf ich noch richtig. Fast hier rüber muss ich vielleicht. Das ist vorhin war nicht komplett weggerodet. Da hätten wir da eine schöne Dings nicht weit vom Lager gehabt. Weil das nächste ist erst hinten bei Stonehenge. Starkes Heilkraut. Oh, das Zeug wiegt ja in nichts. Ah ja, klar. Was rennt denn darum? Ach, das bist du. Ich habe eben nur deine Haare gesehen. Ich habe dich schon gefreut. Ich habe einen Herzklopfen gekriegt. Da läuft ein Schaf. Wollte schon schreien. Und dann läufst nur du da lang. Dann nur ich. Wollte schon wieder fast scharf schreien. Und dann mal wilzen. So, was habe ich denn jetzt eigentlich geholt? Außer Pilzen und Heilkraut. Nix. Mach doch mal das Tor zu. Oh, habe ich es offen gelassen? Ja. Okay, mein Fehler. Aber kannst du natürlich gleich mit der Wilz hier mal so ein paar Baumstimme reintragen. Ich muss jetzt erst offen pennen. Achso. Na egal. Und ich brauche Baumwolle. Schlafenszeit. So. da bin ich wieder das ist schön ich gehe schnell dings besorgen baumwolle oder was oder die jahren baumwolle lian haben wir schon alles verbaut ich brauche nur noch baumwolle was ist das eine lowrider schnecke kriegt erst mal eine von latz gehauen dann sammeln wir die pilze noch ein die hier sind und wieder ein skorpion da found knochen in einem pilz habe ich knochen gefunden leute ihr wisst ja rufen wenn ihr baumwolle seht das downhenge da war auf jeden fall baumwolle komm raus in der nähe von pilzen sind auch immer schnecken hier ist baumwolle ich freue mich wir werden hier beide dinge jetzt versuchen nicht abzurohen so das reicht erstmal von dem wo ich das will wissen glaube ich nehme ich noch die einzigsten baumwollpflanzen die es hier gibt toll wie komme ich jetzt an den scheiß skorpion dran um ihn zu looten warum weil ich ihn in der falle getötet habe ach so wunderbar wunderbar gerade mal kurz auf die karte schauen richtung süden müssen wir schnecke nach hatten schon gedacht das wäre starkes heilkraut machen wir mal nur blümmelnsen Blümelger, da hinten rennt der Two-Face rum. Ich habe einen Pelz gefunden. Broden wir doch mal hier. Nicht unser Baumhaus umholzen. Ne, ne, das bleibt stehen. So, dann stellen wir uns mal ins wärmende Feuer. Drehen uns ein wenig zu Wilsen, dass der uns zugucken kann. Brechen alles ab und töten den Kiwi. So, stellen uns jetzt wieder zum Feuer. Was ist denn hier alles drin? Ein Krebs.